äh, streamt einer dann von euch, oder? Wer anschauen will, ist mir auf jeden Fall. 15 Dollar? Das geht ja. Naja, warum? Achso, du hast auf irgendeiner Key-Seite geholt, oder? Warum ist das so günstig, weil... ...kosten die nicht in der U-Play irgendwie 60 Euro, oder so? Na, warte, ich lese gleich Chat. Den erstmal hier holen. Niemals 60 oder 100. Ja, das hab ich mir halt auch gedacht bei dem Spiel, wo ich meinte... ...irgendwie, keine Ahnung. Und, was hast ich... Achso, du hast 15 Euro für U-Play gezahlt, und... ...aber wie lange hast du das Spiel jetzt? Einen Monat, oder... ...ist das sowas wie, keine Ahnung... ...also ist das so ein Abo-Modell, oder... ...wie funktioniert das? Und, hab ich's? Oh, jetzt lädt der erstmal 10 Jahre. Hallo. Okay, nach 100 versuchen es, ey. Hat nur 10...